Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO-Me... Das steht ja gerade recht. Im Stream muss ich mir anhalten. Stell dich nicht so an, Mirage ist doch super. Jetzt spiele ich halt Mirage, so. Im letzten Stream haben wir zum Glück mal wieder gewonnen und gar nicht mal so übel. Ich hatte einiges an Punkten, einiges an Kills und vor allem hatten wir zwei oder drei Global im Gegner-Team. Und auch bei uns im Team, bin mir nicht ganz sicher. Im Moment sind drei Wins am Start, hier auf Supreme. Und ich bin letzter, super. Das fängt ja schon mal gut aus. Wir gucken jetzt mal, was habe ich hier für Namen... Die sehen gut aus. Oder? Einen Schweden! Alter, die Schweden sind bekannt für ihren Skill. Jetzt erwarte ich wirklich die krassesten Boys der Welt. Ich möchte jetzt Taktiken hören, die ich noch nie gehört habe. Das ist mir cool, aber... Hello Team. I go away. Das fängt ja weg. Wir sind zu dritt hier, stopp! Ich call einfach jetzt wie ein Warzenschwein. Ich call alles. He's on the spot, eh? Ninja. Oh mein Gott, äh, hä? Connect the one, he's coming. Come on, Palace. Ich muss mich ganz nach hinten stellen. Ganz weit weg in Deckung. Oh. Oh. Hätten wir jetzt nicht geforstet, oder könnten wir jetzt kaufen, Jungs? Ihr Pipis. Also wenn wir jetzt so ein bisschen furzen, dann nehme ich eine MP rein und stelle mich einfach close. Und ich würde die, der irgendwie auf Long Range, dann werde ich von der Seite weggeklatscht. Ne, ne, ich geh jetzt rein. Ach dann, Gelo, ich muss hier mal rein. Dankeschön. Vorsicht. Palace down. Ich hoffe, hier ist noch einer. Bitte, 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 bitte. Huhu, hi, hi, ha, ha. Dringend weg. Dringend weg. Ha, ha. War gar nicht so übel, ne? Ich meine, ich habe zwar nur noch 13 AP, aber hey. Incoming. Uff. Es fühlt sich gerade leicht nach Penetration an. Jetzt können wir kaufen. Alles ist gut. Ich stelle mich jetzt mit AWP einfach hinten hier zu Ticket und chill erstmal ein bisschen. Ne? Dass ich den Palace vielleicht wegholen kann, wenn er da wieder rausstipitzt. Und Mitte muss echt mal ein bisschen was machen. Oh, haben wir keinen AWP mit? Ja. Hätte ich mit den Gensal oder was? Das wurde zumindest nicht gefragt. Ich dachte, der holt sich auch einer. Er geht jetzt mit M4 auf Mitte. Okay. Na ja. Wer meint. Oh, er steht aggressiv da oben. Okay, grün. Nice. Finde ich gut. Oh, habe ich den noch? Jawohl, ich habe ihn noch, allerdings. Lurch. Wir müssen den... Okay. Wir müssen den rauslassen. Dringend. Sonst... Okay. Ich glaube, das ist mein Decoy. Ich habe ein Flash-Ramp. Nice. Das letzte Palace, warte, 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 wir haben die Bombe. Oh, Gottes Willen. Jungs, da war aber der... Der Hosen schiss voll. Neue Winde, incoming. One Tetris. Oh, shit. Oh, was war das? Ich gucke jetzt ihm rüber, der Feindschit vor ihm, und er macht dir irgendwas. Wo ist eigentlich meine Handtasche? Grün, du brauchst jetzt nicht deine Handtasche. Du machst jetzt ein leckerer Kili-Vanili, mein Freund. Ihr holt jetzt mal noch die Runde, bitte. Oh, da wurde es aber aufgerieben. Mir schwarnt nichts Gutes. Aber wisst ihr, was mir schwarnt? Livestream. Gleich, um 18 Uhr geht es los. Seid dabei. Das Video kommt wie immer um Viertel vor. Sechs. Hoffentlich. Oh Gott, die Zeit ist schon so knapp. Und dann ist um 18 Uhr eben der Streamy. Oh, nein. Oh, ja. Nur noch zwei, nur noch zwei. Oh, komm schon, bitte. Nice. Weil ich's so abgelenkt hab. Die haben die Bombe einfach hinten liegen gelassen. Was sind das für Dödel? Smokon, ey. Leute, ich bin tatsächlich, seitdem ich da auf Supreme rummach und der Global wirklich nicht so extrem weit, also ich mein, das ist ja der nächste Rank, nicht so extrem weit entfernt scheint, bin ich echt irgendwie angespannter beim Spielen. Was mir aber gar nicht so gut gefällt. Diese, diese Lockigkeit ist irgendwie, äh, bleibt fern. Pump down, nice. Jawohl, sehr schön. Mit Connector. Ich lasse die AWP jetzt wieder weg. Gehe mit AK auf A. Obwohl ich sagen muss, mit der AWP ging's jetzt doch ganz gut, ne? Also die paar Kills, die ich hab, die sind, glaub ich, mit der AWP jetzt reingekommen, die meisten. Ich hab... Ah, Sandwich. Nice. Don't wait, Bomb is down. Die hören, die hören schön. Das ist echt, äh, das ist angenehm. Die spielen so vorsichtig, wie ich es dann vorschlage. Das finde ich sehr... Obwohl... Hey, Jungs! Was passiert nur grad? Ja, Molly, da mal hin. Bevor du deinen Molly jetzt irgendwie in deinen Maid-Reit schmeißt. Molly, da mal stairs. Oh, 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 oh. Oh, nice. Oh, ja, 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 ja. Im Moment bin ich ganz zufrieden, ne? Smoke Connector. Flash I'm coming. Oh, der coming. Nice. Ich mach jetzt einfach hier hinten zu und warte hier ab. Boots! Er hat gedroppt. Sehr schön. Wir haben hier ne gute, äh, economy. So sag ich dir, hillbilly. Also Leute, jetzt nicht übertreiben. Ich möchte dich schon auch nochmal einsehen, ne? Danke. Das war ein B-Rush, der komplett zerschellt ist an den beiden Kollegen. Ja, ein Bid. He's coming down, Bid. To Connector. Another one. And one Jungle? Ja, he's Jungle. Shit. Der Kollege ist grad aus dem Window raus und dann kommt er in den Jungle reingedödelt oder was? Ist der reingesprungen? Der muss reingesprungen sein. Soll ich jetzt wieder AWP nehmen? Komm. AWP. AWP ist es einfach. Zumindest solange man sich spürt, soll man sich spielen. Alter, schon wieder half. Hier weg. Fünf! Out you. Oh shit! Also eine Runde haben wir noch, Männer. Eine Runde haben wir noch. Da will ich jetzt nichts hören. Zehn, fünf machen wir. Und dann ist gut. At least three on A. Okay, nice. Ich guck direkt hier close up, dass da nicht einer rumgerusht kommt. Yellow braucht grad ja mit. Was macht denn Yellow vor B, wenn die Bombe und alles andere auch auf A-Gesicht ist? Was hat er denn? Wen hat er denn da jetzt gejagt? Oder wollte er einfach, dass ich sterbe? Da hab ich mich vom ersten zum letzten gemausert. Na, klasse. Ja, weiter. Bitte kein Molly. Nice, kein Molly. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, Jungs. Gut, Jungs. Freut mich, freut mich. Plant in four apartments. Der Knife, der Knife, der Knife, what the fuck? Das ist doch gemeint. Oh mein Gott, ich riech sowas von hart. Den Aargau. Ich riech ihn. Richtig brutal. Oh, 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 oh. War das ne Gegnerflash? Ne, oder? Watch on the construction. One short. City down. Another one city. Oh, er kommt direkt, als ich nach links weglaufen wollte. Bitte schnell durchlegen. Oh mein Gott. Wait, wait, wait. Ich sag doch, wait, wait. Okay, ich streich jetzt, was ich vorhin gesagt habe, dass sie auf mich hören. Hey, looks good, guys. One city. We need to go for a plant first. Der kommt 100% von Jungle, der eine. Jungle one, Jungle. I think he's half HP at least. Is there one? Der erste war vielleicht noch halb gewollt, aber ich habe schon gepanickt. Und der zweite war, äh, lucky, lucky, bucky, kacky. Aber 30 Punkte sind nicht, äh, sind nicht genug. Ich brauche eigentlich schon so die 50, ne, irgendwie. Da müssen wir uns aber beeilen. Nicht da drin rumstehen. Ich will jetzt nicht in die, in die Blockage reinkommen, Jungs, gell? So geht's nicht. I think one of us kitchen. What the fuck? Okay, also mit so einem, mit so einem, äh, brachialen, äh, Ding habe ich jetzt nicht gerechnet. Das hat am Anfang so rumgestottert, dass ich dachte, äh, wir bauen uns sicherlich noch auf und kriegen schon noch ein gutes Spiel in. Aber das es halt dann doch so eine Dresche wird? Oder freue ich mich gerade zu früh? Nope. Okay, doch nicht. I'm planting four apartments. It's planted for you. Your lodges, wait. One more kitchen. Play for time. Short. Na, okay. Lass mein Short. Oh Gott, bitte. Oh, Junge. Ah, nice try. Er hat schon noch ein bisschen auf Zeit spielen können, der Kollege. So, gucken wir uns mal A an. Aha. Ah, ist wie immer ge... Oh, nice. Da hat er ihn weggediegelt. Okay, nice. Should we execute on A? Nice. Ah, one low HP on A. Nice, he's down. Nice. Der hat mich gefistet da mit seiner Smoke. Die One-Taps. Aber wenn ich jetzt auch noch mal ganz kurz ein paar One-Taps machen dürfte mit der P90. Danke. Boah, ich... Jungs, bitte. Schnell, ich... Fatih muss noch... Er killt mich einfach. War trotzdem, war trotzdem ein schönes GG. Hat trotzdem Spaß gemacht. Guck mal da. So sieht es ziemlich aus. So sieht es aus. Counter-Strike ist so geil, wenn du gescheite Mates hast. Oh, was ist denn hier? Ah, juhu, juhu. Na, also, endlich mal. So, wo ist sie? Wo ist mein Metal? Metal, Leute. Ja, ein weiterer Win eingefahren. Das tut gut. Jetzt werde ich es nur noch ganz schnell schneiden müssen und rendern müssen, damit es auch vor dem Stream noch online geht. Der ja jetzt schon in drei Stunden ist. Das könnte eng werden. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Dankeschön für die Likes, für die Kommentare. Und edlen Dank an meine Kanalmitglieder und Patreons. Haut rein!